So ihr Freunde der Süße, ich begrüße euch recht herzlich zur Herrschaft auf der Map Octane. Wir spielen Call of Duty Ghost, den Multiplayer-Modus. Ich bin der Nickels von Teams Base Let's Play und wir warten bis die Map mal fertig geladen hat. Wie gesagt, diesmal Herrschaft, Prinzip ja auch relativ einfach und bekannt. Drei Fahnen auf der Map platziert, alle drei muss man halt einnehmen, umso mehr Fahnen eingenommen sind, umso mehr Punkte macht man. Das Team, das am Ende am meisten Punkte besitzt, gewinnt die Runde. Also relativ simpel, ich als Noob kann mich da natürlich super profilieren, weil es nicht um Kills geht, sondern um die Einnahme der Flaggen. Von daher, gar kein Problem für mich, wir starten rein. So, gib mir. Erstmal die Beisen und dann geht los. Wird da jetzt schon einer? What the? Okay, da liegen zwei Typen, das ist natürlich doof gelaufen. Den hab ich so gar nicht gesehen. Wir verlieren Alpha! Oh, ich glaub hier, ich hab meinen Kollegen grad voll geflasht. Kann ja auch mal sein. Lass mich durch, Junge! Also wir rushen mal auf C. Oh! Fuck! Einen weggemacht, einer überlebt. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Den stehe, verstehe. Den weckt die Sau! Der wird irgendwie gar schon wieder im Channel geflamed. Ich hab aber keine Zeit, um das irgendwie durchzulesen. Von daher, scheißen sie drauf. Alter, okay, das war auch dumm wieder. Ich schieße immer noch wie das letzte Toastbrot vorm Herrn, ey. Muss man einfach mal so sagen. Okay. Der hätte ich vielleicht doch zielen sollen und nicht so viel sprayen. Okay, okay, okay. Gar kein Problem. Alter, was flamed er denn da im Side-Chat, Junge? Oh, was? Nein, ich bin im Selbchen-Chat. Verdammt. Ey, jetzt hat er die Waffe nicht gewechselt. Ich verstehe so eine Flamer auch nicht. Das geht einem so auf den Ranz. Gott, ey. Meine Fresse. Ja, die Performance bei dem Spiel, muss man einfach mal sagen, läuft leider noch nicht so ganz hundertprozentig glatt. Das stimmt schon. Leiche, gut. Komm, nimm den Bär ein. Jawohl. Scheiße, von hinten. Drecksscheiße. Ich sehe es so einen Kotzen. Egal, wir führen mit den Punkten, das zählt. Tode ist jetzt vollkommen egal, glaube ich jedenfalls. Wir verlieren Bravo. Feindliche Shotgun gesichtet. Wir haben Bravo verloren. Aua. Ey, die liegen da immer in diesem Camper drin. Das geht mir so auf den Keks. Dreckscheiße. Ja. Scheiße. Egal. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Wir sind ein Team. Oh, Hund. Ich hasse ja diese Hunde in dem Spiel, weil ich finde die so overpowered. Wenn du die anfangs nicht siehst, die würde den, die ich nur... Ja, von der Seite. Scheiße. Okay, jetzt werde ich gerade einfach nur noch abgemetzt und mich einfach nur noch schießbuben. Futter. Muss man einfach mal so sagen. Wenn ich schlecht bin, ist man schlecht, ne? Alter, die sind halt so... Die sind aber auch... Die sind aber auch alle in Flamelon im Chat, dass sie der Hammer... Wir verlieren C. Satcom-Verbindung aktiv. So. B wird gesichert. Oh. Wir verlieren C. Granate. Scheiße. Wir haben C verloren. Ich kriege gerade gar nichts hin, hier. Ganz ehrlich, ich kriege gerade absolut gar nichts hin. Jetzt hat das Team... Das ging ja durch die Team, die Führung übernommen. Ich gehe nochmal zu A. Ich werde das noch mit einnehmen können. Jawohl. Alles klar. A ist eingenommen. Gucken wir uns mal B an. Ich habe es mit der Maus immer noch so ein bisschen. So nicht, meine Freunde. So leider nicht. Schlechte Spiele heute mit mir am Start. Was geht? Hallo. Es ist... Wir verlieren A. Wir haben A verloren. Der Feind hat Alpha. Ja, ich höre mir jetzt mal B, Junge. Fuck. Zwei Sekunden vorm Aufnehmen. Äh, einnehmen. Scheiße. C wird gesichert. Es ist teilweise schon echt ärgerlich. War nicht schlechtes Spiel. Ja. Jetzt schießt mich AFK-Tot. Das ist egal. Im Chat wird immer noch irgendwas rumge... ...punktet. Weißt du? Weißt du? Zock doch lieber. Anstatt hier Scheiße in den Chat zu schreiben. Ey. Das ist doch lächerlichst. Was soll denn der Bullshit? Nichts besseres zu tun oder was? Offensichtlich ja nicht. Wir verlieren C. Wir haben Charlie vor uns. Aufwand, ich hab mich selbst geflasht, ne? Der Feind hat Charlie. Nichts da. Da machst du gar nichts. Du spielst einfach schlecht. Und dann hast du die... ...gerechte... ... ...zum kotzen. Es ist zum... Ich verstehe auch nicht, was das ist. Es ist... ...jetzt geht alles ganz normal, weißt du? Und dann irgendwann... ...macht der so einen Megaschwenk. Das soll erst mal einer verstehen. Ja. Alle, die gerade im Chat flamen und machen und tun, sind alle in meinem Team, weißt du? Die stehen irgendwo rum. Ach Gott. Und machen nix. Hört mal auf zu campen, ihr Homos. Wie viel McDonalds jetzt, Junge, Alter? Cheeseboard hoch drei, Alter. Mach einfach mal richtig Bugpfeife, Junge. Ah, da waren zwei Typen auf jeden Fall, genau. Warum auch nicht? Kannst du ja mal bringen, die ganze Scheiße hier. So, jetzt... Ich habe langsam die Schnauze. Voll. Habe ich einfach nur so langsam. Ich meine, ich probiere es jetzt gerade mal mit einer Assault. Das schon wieder. Das ist wie so ein Input-Lag, als wenn der nicht komplette Befehle ausführt. Ja. Stimm einfach mal von hinten, bitte. Dankeschön. Als wenn es so ein schwammiges... Achtung, feindliche Vorräte. Ein schwammiges Bewegungsmuster wäre. Oh, das war irgendwie oben drüber. Schade. Bravo wird gesichert. Fuck. Da kam die Flash auch ein bisschen zu spät, leider. Diese Millisekunde zu spät war es halt leider, 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 leider. Leute, das ist ja voll rengeslandet, der Typ. Hammer, geil. Ey, ich habe 5,24. Was soll das denn? So, dann halt hier. Hier, richtig. Richtig. Was? Durch die Wand, sagst du? Ja. Nein, nicht ganz, aber... Wir verlieren diesen Kampf. Wir verlieren den Kampf sogar Haus hoch. Und warum, wenn ein ganzes Team Flamer sind und ich scheiße spiele und das ist die ideale Kombination zum Verlieren. Das gibt es ja gar nicht, wie krass, schlechte Spiele war. Dafür könnte ich mir selbst stundenlang in die... Alter. Dafür könnte ich mir selbst stundenlang in die Eier hauen, aber so richtig immer wieder rein, raus, rein, raus. Und das stundenlang. Egal, es ist ein Letzt-Player, man würde mit der Zeit besser und dann sind wir auch alle zufrieden. Dafür rape ich jeden... Alter. Dafür rape ich jeden Enemy im Singleplayer. Das ist jetzt nicht unbedingt, was Gutes ist, aber egal. Der hat... Feinde haben Maniac Juggernaut. Feinde haben Maniac Juggernaut. Ja, unbedingt. Oh. Da hat meine Kanade noch mal jemanden getötet. Hammergeil. So. Wir verlieren B. Ja, wir verlieren alles Mögliche. Das ist nicht so wirklich eine Sprayer-Klasse, aber wer macht's denn nix? Ausrüstung wählen. Ich probiere mal hier die... Vektor. Mal sehen, wie die funktioniert. Vielleicht ist das ja die Waffe der Herzen. Weiß der vorher nicht. Kann ja sein. Ich denke nicht, aber... Wie gesagt, es kann ja sein. Wir haben Charlie verloren. Der Feind hat Charlie. So. Bravo wird gesichert. Mausjungen, was machst du hier bloß? Weh gesichert. Nope. Das war nix. Wir verlieren A. Feindliche Satcom gesichtet. Wir haben Alpha verloren. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Das ist nicht durch. Die gehen ja nicht. Hilfe. Ich geh mal zu C. Vielleicht kann ich da C einnehmen. Hilfe. Ein bisschen Sneaky-like. Obwohl eigentlich vollkommener Quatsch. Weil wir haben uns sowieso schon verloren. Was soll der Geiz? Ja, wie darf nicht noch einmal passieren? Du bist ja auch ein Keks, Alter. Was hab ich denn im Endeffekt? Im Endeffekt hab ich... 39. 39. Was ist das denn, Alter? Oh Gott, oh Gott. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hau rein, Leute. Tschüss.